Einen wunderschönen guten Morgen in die Runde und herzlich willkommen zu einem neuen Krypto-Update-Video. Bitcoin bei 51.200 US-Dollar, wenig Veränderung die letzten zwei Tage, deswegen gab es gestern auch kein Update-Video mehr, weil sich einfach überhaupt nichts getan hat. Ihr seht es ja selber hier, wir befinden uns momentan in einer übergeordneten Seitwärtsphase. Wir kriegen keinen Breakout nach oben, keinen Breakout nach unten. Heute ist schon Freitag, wir gucken mal noch, was es auf jeden Fall für News gibt. Wir gucken natürlich auch auf die Stockmärkte und auch mal auf Ethereum. Natürlich auch so, was sonst noch so außenrum bisher passiert ist, auch das werden wir uns natürlich alles angucken. Ansonsten würde ich sagen, verlieren wir keine Zeit, es ist Freitag, Wochenende steht vor der Tür bei vielen von euch da draußen. Deswegen würde ich sagen, lasst dem Video schon mal ein Like da, abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt und natürlich gerne in die kostenlose Telegram-Talk- und Signalgruppe reinschauen, wenn ihr Bock auf Updates, News und Signale, kommt da gerne rein, den Link dazu findet ihr kostenlos unten in der Videobeschreibung. Und wenn ihr das Ganze auch traden wollt, kann ich euch nur meine Partnerbörse BingX empfehlen. Dort kriegt ihr sogar momentan einen guten Bonus, wenn ihr 50 Dollar einzahlt, kriegt ihr auch einen 50 USDT an Trading Bonus plus zusätzlich Boni, wenn ihr gewisse Volumina erreicht. So, jetzt aber rein in die Analyse, wie gesagt, Bitcoin bei 51.200 US-Dollar. Wir sehen, wir haben immer noch nicht unser Ziel, also unser übergeordnetes Ziel, was ich halt schon seit ungefähr einer Woche eigentlich haben möchte. Hier oben die Marke von 53.300 bis knapp 53.800 US-Dollar. Das ist unsere Shortzone, die ich gerne noch erreichen würde. Vorher möchte ich eigentlich ungern irgendwie Short gehen, aber wir haben mittlerweile eine ziemlich enge Range gebildet, die sich hier zwischen 50.500 bis, wenn wir jetzt mal nur die Candle Closest nehmen, bis 52.400 US-Dollar erstreckt. Also dieser ganze Bereich hier dazwischen, das ist momentan unsere Range und in dieser halten wir uns auf. Das heißt, oben kann es theoretisch Short gehen, unten Long nach derzeitigen Stand und mehr tut sich einfach nicht. Für mich trotzdem ist diese ganze Akkumulation, die hier oben ist, nicht wirklich sonderlich bullish. Warum? Wir haben gestern, das wurde gestern noch in die Telegram-Gruppe gepostet, den ersten Netflow, also Outflow besser gesagt, aus den ETFs gehabt. Also vorgestern war das schon eher gesagt, dass wir zum ersten Mal wieder mehr Verkäufe hatten als Käufe. Das heißt, die Grayscale-Verkäufe haben wieder deutlich zugenommen. Dann hatten wir generell noch große Verkäufe an BTC, die da auch so ein bisschen mitgespielt haben. Also es sieht zwar alles auf den ersten Blick sehr, sehr bullish aus, aber man muss auch so ein bisschen mal hinten dran gucken. Da sehen wir schon, dass die Verkäufe deutlich zugenommen haben. Außerdem, was auch noch natürlich dazu kommt, extreme Pumps an den Aktienmärkten, sowas wie Nvidia, die einfach mal 350 Milliarden Market Cap einfach mal so dazugewinnen. Natürlich ist es nur Market Cap, aber trotzdem, wenn wir mal überlegen, 350 Milliarden, irgendjemand hat es gestern dazugeschrieben. Das ist die Größenordnung von Ethereum, die hier Nvidia einfach mal hinzugewonnen hat innerhalb kürzester Zeit. Also es ist komplett geistesgestört. Für mich momentan alles Bubble-mäßig, .com-Bubble, wisst ihr alle, von was ich spreche. Vielleicht noch ein bisschen zu früh davon zu reden, aber früher oder später wird sich das Ganze sowas aufstauen und irgendwann wird es auch mal schief gehen. Das heißt jetzt nicht, dass ich hier einen riesen Crash erwarte. Ich erwarte eine Korrektur, eine gesunde Korrektur, aber keinen Massencrash jetzt schon dieses Jahr. Aber das auf jeden Fall dazu, wie gesagt, für mich weiterhin eher so das Top hier oben, dann in diesem Bereich 53,3 bis 53,8. Das ist auch weiterhin so das Signal-Update, wo ich sagen würde, okay, da können wir nochmal short reingehen. Ansonsten, wie gesagt, seht ihr selber, tut sich sehr, sehr wenig derzeit am Markt. Ich hoffe, dass wir auf kurz oder lang hier nochmal einen Rücksetzer reinkriegen bis mindestens 45k, wenn nicht sogar hier unten in Richtung 43k, weil hier unten dann so dieser nächste Bottom-Bereich ist, wo ich sagen würde, okay, da könnte man eventuell auch wieder Nachkäufe machen. Apropos Nachkäufe, ich habe es ja auch in die Telegram-Gruppe reingeschrieben, dass ich jetzt insgesamt 10% meiner BTC verkauft habe, einmal bei 51,7, einmal bei 51,2. Also momentan noch keine so schlechte Idee, zumindest nach derzeitigen Stand und habe auch mal so eine kleine Umfrage gemacht, was ihr so bisher gemacht habt. Und nur 7% haben 5% verkauft, 6% haben 10% verkauft und ja, 18% mehr als 10% und 69% haben gar nichts verkauft. Also für mich einfach, das war für mich einfach nur so eine kleine Umfrage, weil es mich einfach interessiert hat, ob ich momentan so ein bisschen der Einzige bin, der so ein bisschen auf Profitejagd ist ein bisschen oder viele einfach noch denken, es geht höher, viele warten, hodeln natürlich auch. Für mich war das einfach so die Entscheidung, ich habe gesagt, okay, das Zeug ist aus 2020, irgendwann musst du es auch mal verkaufen, das ist eh steuerfrei, sollten wir unseren Dump hier runterkriegen. Auf 45k werde ich wahrscheinlich wieder 5% nachkaufen, aber ich habe 10% mehr Bitcoin und sollte da nochmal eine Korrektur kommen, werde ich auf jeden Fall nochmal deutlich, deutlich tiefer einkaufen. So zumindest der Plan, wenn es nicht so ist, dann habe ich verkauft, wenn es runtergeht, kaufe ich einfach billig nochmal nach. Ansonsten, wie gesagt, Long-Position läuft ja weiterhin noch unsere Position, da würde ich aber auch weiterhin abwarten noch mit Verdoffnung. Also ihr seht, es tut sich derzeit relativ wenig, die Funding-Rates wieder relativ neutral, die wiederum zeigen an, es könnte nochmal ein bisschen nach oben hingehen. Open Interest ist mir immer noch deutlich, deutlich zu hoch, also da gar nichts getan. Gehen wir mal ganz kurz auf die News-Seite, was heute so ein bisschen ansteht, wenn wir mal auf, ne ja, das wollte ich nicht, wenn wir das mal auf heute aktualisieren, sehen wir, oh, es ist wieder überhaupt nichts los, nichts in den USA, Japan ist Geburtstag des japanischen Kaisers, cool, gut zu wissen, ansonsten steht gar nichts an heute. Also ruhiger Tag, was das zumindest anbelangt, gehen wir mal rüber zu Ethereum, auch hier weiterhin an unserem Widerstandsbereich. Dadurch, dass ich aber immer noch davon ausgehe, dass wir eben bei Bitcoin nochmal dieses Hoch kriegen, möchte ich bei Ethereum auch weiterhin nicht shorten. Es sieht sehr, sehr verlockend aus, weil wir hier oben jetzt schon mehrmals diesen R2 angetestet haben, wir haben unser FIP-Level hier oben mehrmals jetzt angetestet. Ich warte hier aber noch, zumindest mal jetzt heute ab, wie sich Bitcoin jetzt verhält, kriegen wir zumindest nochmal diesen letzten Stoß nach oben, dann können wir Ethereum nochmal shorten. Ansonsten würde ich jetzt gerade mal ein bisschen die Finger davon lassen, Liquidität haben wir abgefischt, aber wie gesagt, ich würde es momentan jetzt erst einmal ein bisschen sein lassen. Gold hat unseren Take-Profit hier um einen Dollar verfehlt, passiert, schauen wir mal, was da noch geht, ansonsten werde ich dann hier oben auf jeden Fall nochmal Short-Position planen. Verlängert, verdoppelt ist es ja sowieso, also da müssen wir momentan nichts machen. Wenn wir uns mal die Aktienmärkte angucken, fällt mir ehrlich gesagt nichts mehr dazu ein. Die Woche kam schon die Frage von, ich glaube von Micha war es, warum kein Wochenausblick kommt, weil ich euch, keine Ahnung, momentan nichts ehrlich gesagt dazu sagen kann, so in Stockmärkten. Deswegen versuche ich das momentan in den Videos unter der Woche ein bisschen einzubauen, aber für mich ist das momentan, ist es einfach nicht mehr normal, was da derzeit ein bisschen anguckt. Aber man sagt ja auch so schön, die Märkte können länger unnormal bleiben, wie es scheint und momentan macht es einfach so einen kompletten Eindruck. Nvidia, die ganzen Top 5, Top 5 größten Aktien halten momentan die Märkte sowas von nach oben. Wir haben Coinbase mittlerweile seit Kauf mit über 100% oder 120% im Plus, wer sich daran noch erinnern kann. Also es ist komplett gestört momentan und ein bisschen beängstigend, auch wenn wir sehen, dass der DAX auch schon wieder neues All-Time-High hat, der wirtschaftlich gesehen, deutschlandmäßig, nicht wirklich gut aussieht. Wir dann aber überall neue All-Time-High sehen, weiß ich nicht, weiß ich nicht, Brudi, muss man ein bisschen mit Vorsicht genießen. Die ganzen Gaps hier unten werden früher oder später geholt, das Volumen geht aber nach oben, deswegen nehmt den Long-Zug mit, wer Long ist. Ansonsten schaut euch das von der Seitenlinie an, guckt euch irgendwie eure Portfolios an, ob ihr da irgendwie Profite nehmen könnt. Aber Shorten ist für mich da gerade nicht interessant. Höchstens, wie gesagt, Bitcoin, höchstens Ethereum, wo wir über einen Short nachdenken. Ansonsten lasst die Kacke einfach rollen oder lasst das Ding einfach nach oben hin weiter pumpen. Ansonsten, wie gesagt, gibt es wenig zu erzählen. Die Altcoins, minimale Korrektur, ansonsten ziehen die alle momentan ein bisschen durch. Wenn wir uns auch mal so ein bisschen die Bitcoin-Dominance mal ganz kurz angucken können. Wobei Bitcoin hier auch wieder momentan so einen kleinen doppelten Boden bildet. Also ob das hier wirklich jetzt eine Altcoin-Season ist, sei mal dahingestellt. So, ansonsten würde ich sagen, war es das von meiner Seite. Wir hören uns später nochmal zu einem kleinen XRP-Update-Video. Ansonsten kommt um 12 Uhr heute die neue Podcast-Folge, erste Solo-Podcast-Folge, weil ich irgendwie gestern mal Bock hatte, alleine eine Folge zu machen. Und ansonsten würde ich sagen, war es das von meiner Seite. Like da lassen, Abo da lassen, Telegram-Gruppe joinen. Und wir hören uns dann später wieder zum XRP-Update-Video. Bis dahin, ciao, ciao und wie immer, stay crypto.